Ein bisschen überschlagen sich die Ereignisse, denn wir haben die Live-Bilder jetzt aus London. Der ukrainische Präsident Zelensky, er ist nämlich tatsächlich in Großbritannien eingetroffen. Wir sehen also hier die Maschine, eine Militärmaschine vom Typ C-17 aus den Beständen der USA, ist auf einem Militärflughafen in der Nähe von London gelandet. Und Sie können auf den Bildern sehen, das ist natürlich, die Kameras kommen nicht so nah ran, schon bereits mit Verdoppler. Auf der linken Seite des Bildes, also ein Begrüßungskomitee, ist vorgefahren. Mehrere Fahrzeuge, auch das eine zum Beispiel in der Vorhut mit der Warmblink-Anlage. Und es sind bereits eine Reihe von Personen aus diesem Militärtransporter ausgestiegen. Präsident Zelensky war mit dabei. Er wird jetzt also ins Zentrum der britischen Hauptstadt London gebracht. Dort in der Downing Street Number 10 dann das erste Treffen mit dem britischen Premierminister Richie Sunak. Und unter größter Geheimhaltung ist also diese Reise gestartet worden. Zelensky ist ja erst zum zweiten Mal überhaupt, muss man sagen, seit Beginn des russischen Aggressionskrieges am 24. Februar 2022 aus der Ukraine hinaus. Er war im Dezember vergangenen Jahres in den Vereinigten Staaten, hat dort eine Rede vor dem US-Kongress gehalten und natürlich US-Präsident Joe Biden getroffen. Und auch heute wird er eine Rede halten vor dem britischen Parlament in Westminster, Houses of Parliament. Und dann wird er auch noch ukrainische Soldaten treffen, die ausgebildet werden an Kampfjets, wie die britische Regierung heute auch bekannt gegeben hat. Und das ist natürlich eine sehr interessante Entwicklung, so muss man das sagen. Wie gesagt, die letzten Vorbereitungen laufen, dass der ukrainische Präsident Zelensky nun nach London zum Regierungssitz in die Downing Street Number 10 gebracht wird. Und das Ganze wollen wir natürlich einordnen lassen von unseren Korrespondenten. Und Arndt Striegler ist unser Großbritannien-Korrespondent. Und man muss es wirklich sagen, Arndt, das ist ja völlig überraschend. Bisher haben alle gedacht, ja, Zelensky wird morgen in Brüssel erscheinen auf dem EU-Sondergipfel. Nun ist er in Großbritannien. Was ist das für ein Signal? Das ist vor allen Dingen ein Signal, dass die Ukraine nach wie vor auf Großbritannien als Partner in diesen Krieg setzt. Großbritannien gilt ja von Zelensky aus gesehen immer als einer der besten, als einer der verlässlichsten Partner. Das ist immer wieder klar gewesen. Und interessanterweise, wie du eben gesagt hast, Carsten, ist dies erst der zweite Auslandsbesuch seit Kriegsbeginn, den Zelensky überhaupt gemacht hat. Kein Wunder, dass es in London ist, muss man sagen. Aber man muss aus Londoner Sicht auch sagen, das ist wirklich alles höchst ungewöhnlich. Das ist alles in Last Minute organisiert worden. Die Bilder, die wir gerade sehen, die Ankunft eines Präsidenten auf einem Militärflughafen ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise wird ein großer Bahnhof aufgefahren. Die landen in der Regel in Heathrow-Präsidenten und so weiter. Das zeigt, wie groß die Geheimhaltung auch ist rund um diesen Besuch. In circa einer Stunde wird Zelensky in der Downing Street am Regierungssitz von Premierminister Sunak erwartet. Dort wird es unter anderem eine Stunde Gespräch geben und dann geht es weiter ins Unterhaus. Und von dieser Unterhausrede erwarte ich auch und erhoffe ich mir noch mehr Aufschluss. Ich hoffe darauf, dass wir mehr Details hören werden, wie genau diese Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der Ukraine auf militärischem Gebiet laufen wird. Wir haben mittlerweile erfahren, dass Großbritannien mittlerweile mit der Ausbildung von Soldaten an britischen Kampfjets begonnen hat. Also das sind alles ganz wichtige, ganz entscheidende Entwicklungen. Und die nächsten Stunden werden hoffentlich mehr Aufschluss darüber geben, auch über die Frage zum Beispiel, wie eng das überhaupt mit den NATO-Partnern Großbritanniens abgestimmt wurde. Es ist ja interessant, dass Zelensky tatsächlich mit einer C-17 von Lockheed, das ist einer der wichtigsten und größten Militärtransporter, die es in den Lüften überhaupt gibt, nach Großbritannien gebracht worden ist. Und das zeigt natürlich auch die Sicherheitsvorkehrung, weil so eine C-17 ist ja auch gesichert mit Abwehrmaßnahmen, wenn sie tatsächlich angegriffen wird mit speziellen Vorrichtungen. Aber die Rede vor dem Houses of Parliament, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer eingehen. Er hat ja bereits gesprochen in einer Videoschalte, welches Signal soll damit auch gesetzt werden, weil es reiht sich ja im Prinzip ein, auch nach der Rede vor dem US-Kongress, jetzt vor dem britischen Houses of Parliament. Und wir sehen jetzt übrigens, Arndt, wir sehen die Kolonne, die sich in Bewegung gesetzt hat, also es ist bestätigt dort und es ist eine große Kolonne, muss man sagen. Zelensky ist nicht alleine gekommen, er hat einen großen Stab mit dabei und wenn ich das richtig sehe, gesichert von zwei Range Rovers vorne und dann in der Mitte der Jaguar, dort wird sich der ukrainische Präsident befinden. Aber diese Kommentierung der Live-Bilder jetzt, Arndt, jetzt ist deine Antwort dran. Keine Frage, es ist auch ein Symbol, dass Zelensky persönlich heute im Unterhaus reden wird. Das zeigt auch wieder, wie wichtig Zelensky diese Achse London-Kiew sein wird. Keine Frage, also es ist auch ein Symbol und wir rechnen damit, dass Zelensky weitere Forderungen stellen könnte. Forderungen an Großbritannien, was sich die Ukraine zum Beispiel wünscht an weiteren Waffenlieferungen und so weiter und so weiter und so weiter. Interessanterweise gibt es hier in Großbritannien nicht nur Unterstützung für diesen, na ich muss es so sagen, erst mal Alleingang Großbritanniens in dieser Sache. Es gibt auch immer wieder Kritiker, die davor warnen, Großbritannien dürfte nicht als Kriegspartei mit eingebunden werden, ohne vorher genaue Absprachen mit den USA und mit anderen NATO-Partnern treffen zu müssen. Also das ist alles, ich würde sagen, eine Breaking News Story, wie man hier in Großbritannien sagen würde. Ziemlich unklar ist mittlerweile oder ist immer noch, wie genau das oder wie lange das Ganze vorbereitet wurde. Aber die Ankunft, wie du richtig gesagt hast, Carsten, dass der Präsident der Ukraine mit einem Militärflugzeug in einem auf einem kleinen, eher unbedeutenden Militärflughafen außerhalb Londons landet, zeigt, wie last minute dieser ganze Besuch vorbereitet wurde. Und vor allen Dingen zeigt ja auch eines, dass die Sicherheitsvorkehrungen rund um diesen Besuch ganz, ganz enorm ist. Ich mache diesen Job aus London seit über 30 Jahren und ich kann mich nicht an eine solche Situation erinnern, wo wir Korrespondenten wirklich zehn Minuten vor zwölf, um das mal laps zu sagen, überhaupt von diesem Besuch überhaupt erfahren haben. Dementsprechend ist es auch ganz schwierig, vor die Downing Street zu kommen, weil die Sicherheitsmaßnahmen einfach unglaublich groß sind. Interessanterweise hat Boris Johnson, der ehemalige Premier, ja bereits ziemlich früh damit angefangen, ein ziemlich enges Verhältnis zur Ukraine aufzubauen. Und er ist persönlich, als er noch Premierminister war, nach Kiew gereist, hat sich dort vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Also das sind alles gute Zeichen, gute Vorzeichen, dass heute bei diesem Besuch, bei diesem Überraschungsbesuch von Selenskyj hier in der britischen Hauptstadt etwas Greifbares dabei herauskommen könnte. Arndt, aber das ist nicht das Einzige. Während du uns das Ganze eingeordnet hast, von London aus hat uns die Einmeldung erreicht. Also auch der König, Charles III., wird Selenskyj zu einer Privataudienz im Buckingham Palace empfangen. Also ich könnte mir aufgrund dieses Besuches von Selenskyj natürlich auch vorstellen, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die du ja eben schon angesprochen hast, immens sein werden im Herzen Londons Downing Street 10, Buckingham Palace, dann das Houses of Parliament. Also im Unterhaus wird Selenskyj eine Rede halten. Das muss ja alles vorbereitet sein. Oder sind die britischen Sicherheitskräfte tatsächlich soweit vorbereitet, dass man sowas, sage ich mal, auch innerhalb von wenigen Stunden organisieren kann, dass da tatsächlich nichts passieren kann? Nun, nichts passieren kann, das kann niemand ausschließen. Aber ich muss sagen, Großbritannien ist bei solchen Sachen ziemlich fit. Keine Frage. Und wir sehen das jetzt gerade ja an diesen Live-Bildern, die uns aus Großbritannien erreichen, das klappt. Der Flieger landete zeitnah auf diesem kleinen Militärflughafen rund 40 Kilometer von der Downing Street entfernt. Die Kolonne hat sich mittlerweile in Richtung Downing Street auf den Weg gesetzt. Ich konnte das mehrfach über die Jahre beobachten, wie das so abläuft. Die Straßen, das muss man sich vorstellen, rund um die Downing Street sind mittlerweile abgesperrt. Und diese Kolonne bewegt sich mit ziemlich großem Tempo derzeit. Ich würde das mal schätzen 40, 50, 60 Stundenkilometer in Richtung Downing Street. Also es zeigt, dass das Ganze doch ziemlich, auch wenn es last minute organisiert wurde, es zeigt, dass London so etwas kann. Man hat viele, viele Jahrzehnte lang Erfahrungen mit auch großen und hohen Staatsoberhäuptern, die hier angekommen sind. Und das hat eigentlich immer bislang geklappt. Also ich bin da zuversichtlich, dass es da zumindest aus organisatorischen Gründen keine großen Probleme geben würde. Wobei ich mir nicht sicher bin oder zumindest gespannt bin, ob dasselbe für den Inhalt dieser Gespräche zwischen Selenskyj und Sunak gelten wird. Denn die große Frage ist ja immer, soll Großbritannien hier wirklich im Alleingang noch engere Verbindungen mit der Ukraine aufbauen? Vor allen Dingen militärische Verbindungen. Das ist auch in Großbritannien höchst umstritten. Man wünscht sich da doch immer noch den Rückhalt, zumindest aus Washington, aber am besten von der ganzen NATO. Es ist unklar, ob das bei diesem Besuch wirklich, ob NATO da ein großes Mitspracherecht hatte. Dazu ist das Ganze doch ein bisschen zu last minute gelaufen. Da muss man einfach mal abwarten. Ich rechne auch damit, dass Selenskyj später noch mal vor dem Parlament genau dazu etwas sagen wird, wie er sich die weitere Zusammenarbeit zwischen dem Westen, damit auch Großbritannien, aber vielleicht auch Deutschland, wie Selenskyj sich diese weitere militärische Zusammenarbeit, diese militärische Unterstützung in diesem Krieg gegen Russland vorstellt. Also ganz, ganz spannende Minuten hier in London. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.